Viele fragen sich, wie investiere ich überhaupt in Kryptowährung, um vom Drennen profitieren zu können. Also, wie kann ich Bitcoins, Ethereum und jede andere Kryptowährung kaufen? In diesem Video möchte ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Zunächst schauen wir uns die Theorie an, wie es dort funktioniert und danach in der Praxis, wie man diese Kryptowährung sicher und seriös kaufen kann. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Talabox, mein Name ist Bastian. Ja, wie im Intro erwähnt, schauen wir uns zuerst die Theorie an. Schritt 1 ist damit, wir müssen zuallererst eine Börse bzw. Exchange finden, bei der wir die Kryptowährung kaufen können. Also dort können wir dann unser Geld, zum Beispiel Euro, gegen Bitcoins tauschen. Wie beim Aktienmarkt gibt es hier viele verschiedene Börsen, einmal international wie auch national. Jedoch solltest du nicht bei jeder x-beliebigen Bude Kryptowährung kaufen, sodass du hier nicht in einen Scam läufst. Auch ich habe einige Zeit damit verbracht, die passende Exchange für mich zu finden. Hier gibt es zum Beispiel eine Webseite, wo die Top-Börsen aufgelistet sind und mit verschiedenen Merkmalen wie Beginner-Friendly oder Trust-Level. Zum Beispiel Coinbase steht hier ganz oben, auf deren Webseite steht aber, dass angeblich Deutsche dort keine Bitcoins kaufen können. Zwar haben das schon Kunden widerlegt bzw. in vorn habe ich schon gesehen, dass es trotzdem funktioniert, dennoch habe ich mich gegen diese entschieden. Dann hier zum Beispiel in Polonex gibt es noch mit dem Trust-Level B+. Also hier gibt es jede Menge, ich habe mich aber schlussendlich für Bitcoin.de entschieden, weil diese in Deutschland ist, Beginner-Friendly ist und ein hohes Trust-Level hat. Ja, hast du eine Börse gefunden, dann muss man natürlich dort die Währungen kaufen bzw. wechseln. Also du suchst dir aus, welche Währungen du willst und gibst deine Bestellung auf und bezahlst deinen Einkauf. Sprich, du gibst eine Order an der Börse auf und dann wird dein Geld in Kryptowährungen getauscht. Jetzt gibt es aber meistens das Problem, dass nicht alle Währungen an einer Börse handelbar sind. Das ist wie an der Börse auch, man kann nicht über die Deutsche Börse jede Aktie kaufen. Dazu hat man zwei Möglichkeiten, man sucht sich eine andere Börse, aber die einfache Möglichkeit sind sogenannte Wechselstuben. Dazu werden wir uns gleich im praktischen Teil auch nochmal eine Möglichkeit anschauen. Ja und der Schritt Nummer 3 ist dann, man braucht einen Wallet oder zu Deutsch Geldbeutel. Also hast du deine Coins gekauft, solltest du die Coins von der Börse auf dieses Wallet transferieren. Denn in dieser Wallet sind deine Währungen gesichert. Nur du hast mit einem privaten Schlüssel, was Private Key heißt, Zugriff darauf. Würde das Geld zum Beispiel bei der Börse lagern und die würde gehackt, dann wären deine Kryptowährungen wie Bitcoin zum Beispiel weg. Also der Faktor Sicherheit spielt hier eine sehr große Rolle. Jetzt gibt es verschiedene Wallets, die man nutzen kann. Es gibt auch sogenannte Multi-Currence Wallets, wo man mehrere Kryptowährungen speichern kann. Doch ich persönlich nutze solche Wallets nicht, gerade wegen der Sicherheit. Deswegen ist es besser, mehrere Wallets zu nutzen. Zum Beispiel für Bitcoin kann man Blockchain.info oder für Ethereum MyEtherWallet.com nutzen. Das sind sogenannte Online-Wallets. Aber auch für jede andere Kryptowährung findet man ein Wallet auf der Webseite der Kryptowährung. Wer das Ganze noch sicherer möchte, also nicht online verwahren will, kann das Ganze auch in ganzen Cold Wallets machen. Dazu benutzt man dann eine Art USB-Stick, sowas wie den Ledger Nano S oder Tracer und kann dort den Private Key sichern. Das wäre die sicherste Variante. Handgeld kann man gerne auf einer Handy-Wallet haben. Dann Geld, was man investiert und oft handelt, kann man auf einer Online-Wallet sichern. Und das dritte, wenn man wirklich große Sparsummen hat, dann sollte man die in einer Cold Wallet sichern. So soweit die Theorie. Nun, wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Gehen wir da zu Bitcoin.de, um Bitcoins kaufen zu können. So, hier befinden wir uns auf dem Marktplatz von Bitcoin.de. Hier sehen wir auch schon gleich die Optionen kaufen und verkaufen. Also bei der linken Seite kann man Bitcoins kaufen, auf der rechten verkaufen. Uns interessiert jetzt nochmal die Kaufen-Seite. Wir sehen, es gibt Gebote im Markt für 2400 Euro für den Bitcoin. Und dann sehen wir unten 2400 Angebote und so weiter und so fort. Und die Gebote quasi das Orderbuch von der Börse. Und dann haben wir natürlich auch einige Anforderungen an den Verkäufer stellen. Der Verkäufer soll zum Beispiel identifiziert sein, dass hier nicht irgendjemand uns ein Angebot macht. Dann kann man noch machen, ob derjenige von der gleichen Bankengruppe sein soll oder von der gleichen Bank. Ich mache jetzt mal den gleichen Bank. Dann sehen wir hier Angebote im Expresshandel. Was heißt das? Sprich, wir können hier direkt handeln. Das funktioniert aber nur, wenn man an das Konto von Bitcoin.de ein Fidor-Konto angebunden hat und dort Guthaben reserviert. Ansonsten funktioniert das Ganze nur über eine SEPA-Beweisung und das dauert dementsprechend länger. Ich habe das gemacht, hat ganz ohne Probleme funktioniert. Und dann sind hier schon weniger Angebote drin. Jetzt geht es aber um das Wichtige. Wie viel wollen wir denn maximal für einen Bitcoin bezahlen? Wenn wir jetzt mal eingeben, ich sage 2400 sind mir zu hoch. Ich will nur 2000 irgendwie wieder zahlen. Was passiert dann? Es gibt keine Angebote mehr im Markt. Wir könnten zwar eine Kaufanfrage stellen, aber die würde wahrscheinlich im Moment keiner beantworten. Also müssen wir mehr als 2415 Euro anbieten oder genau eben diesen Preis. Jetzt machen wir mal. Ich würde sagen, ich zahle maximal 2420. Gibt es dort Angebote? Ja, hier gibt es noch Angebote, nicht mehr so viele. Da gibt jemand zwei Bitcoins. Die Mindestabmenge sind 0,1. Der Preis 2415 und aus Volumen. Er kommt aus Deutschland. Dann sieht man hier unten, es ist der Expresshandel möglich zum Beispiel und verifiziert. Die beiden sind zum Beispiel jetzt nicht verifiziert und haben keinen Expresshandel. So, ich möchte jetzt aber diesen Kollegen mir genauer angucken. 2415. Dann wie viel Bitcoins will ich dafür denn haben? Das rechne ich mir aus. Gebe jetzt erstmal die 2415 hier ein. So, dann sehen wir das Angebot. Dann schaue ich mal nach, mit einem Taschenrechner oder Skript kann man das machen. Mehr oder weniger, wenn man das Skript nennen kann. Rechne ich mir aus 2415. Dafür möchte ich so viele Bitcoins haben. 0,135 und so weiter und so fort. So, das sagt ja natürlich meistens Fehler, weil das zu viele sind, die Nachkommastellen. So, das Volumen, was ich haben möchte, sind 250 Euro. Mindestabmenge 0,1. Da bin ich ja leicht drüber. Also werde ich mal hier kaufen versuchen. Menge, stimmt alles. Muss man hier nochmal überprüfen. Jetzt sofort mit reservierten Guthaben kaufen. Also ich habe schon Guthaben hinterlegt und mache jetzt, wenn alles stimmt, kaufen. So, der Kauf war erfolgreich. Weitere Details zeige ich jetzt hier nicht, denn man kann hier auch Name und Kontonummer des Verkäufers sehen. Das möchte ich natürlich nicht, dass das online ist von irgendjemandem. Deswegen schauen wir jetzt mal nach, ob die Coins denn gut geschrieben wurden. Und wir sehen, die Bitcoins wurden schon gut geschrieben. Hier sieht man das Guthaben. Als nächstes will ich diese Coins aber nicht auf der Börse liegen lassen. Man möchte sie sicher in eine Wallet verwahren. Dazu habe ich mich entschieden für die Blockchain.info Wallet. Dazu brauche ich jetzt natürlich die Adresse, wohin ich das quasi überweise. Die bekomme ich raus, indem ich auf Einstellungen gehe, dort Adressen und kann mir dort für jede Transaktion eine neue Adresse erzeugen. Also die brauche ich jetzt gleich. Die kopiere ich mir hier schon mal. Einmal Copy-Paste, abschreiben könnte da gefährlich werden. So, dann gehe ich hier auf den Marktplatz, gehe ich auf Ein- und Auszahlung. Hier haben wir jetzt den Betrag, den wir auszahlen möchten. So viel haben wir zur Verfügung. Dann die Empfängeradresse, das ist quasi die Kontonummer. Dann haben wir hier eine Netzwerkgebühr. Wieso Gebühr? Was wollen die da haben? Um die Transaktion zu verifizieren, bekommen die Miner eine Gebühr. Und umso höher diese Gebühr ist, umso schneller wird es verifiziert. Würde mir jetzt gar keine Gebühr gegeben, dann hätten die Miner ja keinen Anreiz, diese Transaktion zu verifizieren. Also werde ich diese verlangte Netzwerkgebühr bezahlen. Das bekommt auch nicht Bitcoin.de, sondern geht an die Miner. Also ich habe diese Maximalsumme aktuell drauf und würde jetzt hiervon die Netzwerkgebühr abziehen. Also machen wir mal den Taschenrechner auf, geben hier das ein, minus der verlangten Netzwerkgebühr und haben dann noch diese Summe übrig. Geben die ein und zuzüglich der Gebühr müssten wir jetzt auch unsere maximal verfügbaren Bitcoins haben. Jetzt müssen wir noch Passwort eingeben. Das Passwort, mit dem man sich anmeldet. Und dann noch ein Einmalpasswort, was mit einer True Factor Verification zu tun hat. Dass das Ganze nochmal sicher macht, dass ein Code, der alle paar Sekunden neu erzeugt wird und einmalig ist. Das werde ich jetzt mal hier machen. Und dann die Überweisung anfordern. So, das war erfolgreich. Die Bitcoins werden auf die folgende Adresse überwiesen. Das Ganze kann jetzt ein bisschen dauern, bis das öfters verifiziert ist. Am besten ist es, wenn es immer von mehreren Servern wirklich verifiziert wird. Wir werden gleich mal schauen, ob das Ganze hier angekommen ist. Wir sehen hier schon die Zahlung von den Bitcoins. Können uns die Transaktion aber ein bisschen genauer anschauen. Und sehen hier Empfang um 39, also es waren unter 15 Minuten. Und sehen hier aber noch Pending. Wie gesagt, die muss jetzt im Netzwerk öfters verifiziert werden. Der Erste, der das verifiziert, bekommt die Fee quasi, also die Gebühr. Können hier unten auch noch genauer sehen. Aktuell sind zwei von drei bestätigen. Umso mehr Bestätigungen es sind, umso besser ist das natürlich. So, jetzt haben wir hier unsere Bitcoins. Und die sind jetzt sicher hinter diesem Private Key. Also das sind so quasi unsere Log-In-Daten bei dem Online-Banking. Die dürfen wir niemals verlieren, diese Private Key. Deswegen haben wir das Ganze hier auf die Wallet gemacht und nicht mehr am Marktplatz. Denn dort haben wir keine Private Key. Jetzt kann es aber sein, dass wir nicht nur Bitcoins wollen, sondern andere Währungen, wie zum Beispiel Ether. Wie machen wir das? Dafür habe ich ja ein Beispiel genannt. Das kann man mit sogenannten Wechselstuben machen. Der Wechselstube hier ist Shake-Shift. Hier kann man Kryptowährungen gegen andere Kryptowährungen tauschen. Zum Beispiel Bitcoin gegen Ether. Aber die Ausgangswährung haben wir hier auch ganz viele Möglichkeiten. Ebenso für die zu empfangene Währung. So, wir wollen das hier präzise senden. Dann sehen wir hier, wir bekommen für einen Bitcoin 12,42 Ether. Eine Minimal-Einzahl-Summe und eine Maximal-Einzahl-Summe. Dann wieder die Gebühr für die Miner, um die Transaktion zu verifizieren. Hier nochmal schauen, dass wir Bitcoin in Ether tauschen wollen. Da schauen wir jetzt mal in unsere Wallet. So, wir möchten diese 0,11. Möchten wir die Hälfte in Ether haben. Das zeigt uns gleich an, was wir hier bekommen. 0,69. Jetzt müssen wir die Adresse, die Zieladresse von dem Ether-Wallet eingeben. Ich gehe jetzt mal nicht auf meine Wallet, sonst seht ihr noch meinen Private Key, aber auf den Transaktions-Key bzw. die Empfangadresse. Jetzt müssen wir noch eine Rückzahlungs-Adresse eingeben, falls das Ganze nicht funktioniert, damit das nicht im Leeren landet. Also brauchen wir auch wieder eine Adresse von unserer Blockchain-Wallet zur Sicherheit. Kopieren uns auch diese wieder. Gehen hier auf Shapeshift. So, da muss man wirklich hier aufpassen, dass man hier Punkt und Komma nicht vertauscht. Das ist sehr wichtig. Die Bestimmung nehme ich an. Dann Transaktion beginnen. Jetzt bekommen wir die Adresse, wo wir die Bitcoins einzahlen müssen, um natürlich den Ether zu bekommen. Dazu müssen wir zurück ins Wallet gehen, müssen auf Senden, haben hier die Adresse, an welche wir senden müssen, überprüfen wieder 1 und F. Dann den Betrag, den müssen wir natürlich auch machen. 136 Euro, geben hier auch wieder was mit. Dann die Transaktionsgebühr, machen wir hier Regular, dann gibt es noch Priority. Dann wird das natürlich schneller reingesendet. Kann natürlich dann länger dauern, aber ich habe da jetzt kein Problem mit. Und klicke auf Weiter. Hier sehen wir nochmal, ob das alles stimmt. Also nochmal kontrollieren. Doppelt gemoppelt hält besser. Und damit können wir das Gute auf die Reise schicken. Und sehen wir, erfolgreich Bitcoins gesendet. So, jetzt hier haben wir schon ausstehende Bezahlung bestätigt. Jetzt warten wir auf den Wechsel. Wie gesagt, das kann jetzt eine Weile dauern, aber nicht in Panik verfallen, denn in der Ruhe liegt die Kraft. So, nun hat das Ganze funktioniert. Wir sehen hier auf der Wallet, die Transaktionen wurden bestätigt. Also nicht mehr pending. Hier steht auch Austausch abgeschlossen. Hier unten sehen wir jetzt Einzahlung, wo wir es hin erhalten haben. Und dann, was hier die Rate ist. Jetzt können wir auch gucken, ob das angekommen ist. Beziehungsweise, ob hier die Transaktion zu sehen ist. Und sehen hier eine Transaktion, wie viel Ether wir im Endeffekt bekommen haben. Ein bisschen mehr, als am Anfang da stand. Es kann sein, dass der Kurs nochmal ein bisschen besser geworden ist vom Ether. Währenddessen hier den Value in Dollar. Zwei Minuten Ago. Ja, und so einfach kann man jede Kryptowährung kaufen. So, nun solltest du wissen, wie du Bitcoins kaufen kannst, beziehungsweise auch jede andere Kryptowährung. Alle Links zu den Anbietern, wo ich meine Bitcoins kaufe, die Börsen, der Wechselsert. Wie auch zu den Wallets, findest du unten in der Beschreibung oder oben rechts in der Infokarte. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da, weil es mich motiviert, mehr guten Content bei euch zu produzieren. Und wenn du keins der nächsten Videos verpassen willst, dann vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hast du Fragen oder Probleme zu dem Thema, komm gerne in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.